Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Sonntag und ich habe mich wieder an das Resin gewagt und versuche ja im Moment so ein bisschen das Gefühl für dieses Material zu bekommen. Ich finde es nicht ganz einfach, das ist aber vielleicht auch ein Gefühlsproblem, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt also dementsprechend nochmal probiert mit der gleichen Form, beziehungsweise ich habe bei der einen Form, habe ich jetzt ein bisschen was anderes gemacht, das werdet ihr gleich sehen. Und das Einzige, was ich wirklich bei Resin wirklich sehr, sehr gut finde, ist, dass man halt das Pulver hat und dann mit ganz normalem Wasser das Ganze anmischt. Was ich jetzt bei Hydroflor zum Beispiel habe, das ist halt Tatsache, da braucht man diese zwei Komponenten, nämlich das Pulver und so einen Aktivator. Und das ist natürlich dann, ist der Aktivator alle zum Beispiel, also ich kenne es ja vom Epoxidharz, ich glaube, das kennen viele auch. Ja, da bin ich dann ein bisschen doof. Und genau, beim Epoxidharz ist das oft ähnlich, dass halt von einer Komponente aufgrund dessen, weil man eben viele Sachen gar nicht so hundertprozentig machen kann, dass dann irgendwie immer etwas nicht im Gleichgewicht ist. Und ich weiß, dass das auch normal ist. Ich hatte es damals bei dem Hersteller auch nachgefragt, dass da teilweise auch wirklich unterschiedliche Dichten auch sind. Also dementsprechend bin ich jetzt Tatsache sehr angenehm angetan, dass man halt eben bei dem Resin wirklich nur das Wasser dazu dann braucht. Und farblich tobe ich mich da so ein bisschen überall gerade aus. Ich probiere viele Sachen eben auch mal aus. Da kommen bestimmt auch nochmal Videos dann, wenn ich es eben mit anderen Farbkomponenten mache. Ich nutze aktuell das Pigment von Raya direkt und auch Resin, so eine Pigmentpulver, die es dort gibt. Direkt hier für Epoxidharz. Und dadurch sind da aktuell die beiden, wo ich mich ein bisschen mehr austobe. Ich schaue auch aktuell, wie kann man bestimmte Effekte zum Beispiel hinbekommen. Ich habe ja das erste Mal, als ich es gegossen habe, habe ich irgendwo gedacht, okay, dass irgendwie ist das nicht das, was ich jetzt gedacht habe, weil ich ja irgendwo noch am Epoxidharz im Hinterkopf hatte, dass dort halt, wenn ich halt die zwei Farben reinmache, dass die sich irgendwie schön miteinander verbinden. Das funktioniert bei Resin nicht, bei Hydroflor funktioniert es auch nicht. Und dadurch habe ich es jetzt einfach nochmal gemacht. Ich finde Blattgold ja sowieso nicht schlecht. Ich habe auch so einen riesen Pott ja, wo man gefühlt Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich noch von mit auskommt. Und also ich kann euch den Pott dann nur empfehlen. Damit kommt ihr ganz, ganz, ganz lange mit aus. Ja, und dann habe ich zwei Farben wieder angemischt. Und wie gesagt, das Pigmentpulver von Raya habe ich diesmal genommen. Die haben unterschiedliche Farben, also guckt euch da auch gerne mal durch. Man muss nur nicht erwarten, dass man da halt zum Beispiel ganz, ganz, ganz intensive Farben mit hinbekommt. Das funktioniert tatsächlich nicht. Und deswegen habe ich so eine Mischung aus beiden gemacht. Also ich habe Raya und mit Resinenfarben gearbeitet, also mit diesem Pulver. Und dadurch, genau. Ich bin noch ein bisschen mit der Flüssigkeit immer am Kämpfen. Ich muss da so ein bisschen schauen, wie es am besten funktioniert. Was aber auch verständlich ist, glaube ich, dass da nicht immer alles so funktioniert, wie man es gerne hätte. Und bin aktuell eben auch immer jemand, der ständig drüber gießt. Also ihr seht, ich bin in diesem Video ein kleiner Tollpatsch. Erst mit dem Pulver und dann jetzt auch mit dem drüber gießen. Aber was soll's. Man lernt dazu, man freut sich. Und genau. Also ich werde weiterhin üben. Habe mich dann also dementsprechend bloß noch entschieden, das Ganze trocken zu wischen. Und dann eben zu trocknen. Ihr seht schon, es verbindet sich zum Beispiel bei der Silikonform jetzt nicht so viel. Ich finde das Ergebnis trotzdem wirklich schön. Und dadurch habe ich jetzt bei der Form, die ich jetzt mache, da habe ich gar nicht genau gezeigt gehabt. Da habe ich so ein Kautschuk-Material, da ist ein Spruch drauf. Mittlerweile weiß ich ja, wie es geht. Beim ersten Mal habe ich irgendwie gedacht, okay, das muss ich dann oben drauf machen. Aber das ist gar nicht der Fall. So, ich muss das gleich unten drunter machen. Und habe dann versucht, mit einer gewissen Gießtechnik so ein bisschen Marmorierfarbe reinzubekommen. Und ich glaube, das nächste Mal werde ich es Tatsache machen, dass ich so ein bisschen mit dem Stäbchen diese Marmoriermuster reinmache. Also, mir fehlen heute ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Also, nicht sauer sein. Ich bin bemüht. So, und hier ist meine geliebte Buddha-Form. Ich finde die Buddha-Form so angenehm. Also, nicht, weil ich irgendwie diese Religion habe. Das gar nicht. Ich bin ja ein Mensch, der sehr viel sich aus jeder Religion, aus jedem Glauben das rauszieht, was für mich passt. Aber ich mag diese Figurform. Das ist wie, dass ich ein Faible für Elefanten habe. Und dadurch ist das für mich so etwas unglaublich Schönentspanntes auch. Ja, und dann lassen wir es trocknen. So, und während ich dann auspacke, kommt natürlich mein üblicher Psalm. Falls ihr irgendwie Ideen habt, falls ihr Fragen habt, sagt gerne Bescheid. Ich freue mich mega, wenn ihr dann irgendwie Fragen habt, wo ich euch vielleicht nochmal helfen kann. Oder was ich vielleicht auch ausprobieren soll, damit ihr es zum Beispiel nicht machen müsst, um da Material zu sparen. Zum Beispiel, also manchmal hat man ja so Sachen, wo man denkt, oh, ich würde ja total gerne, aber ich traue mich nicht. Und dann fragt gerne und ich schaue mal, wie ich es dann umgesetzt bekomme. Und ansonsten gerne ein Däumchen nach oben lassen oder auch ein Abo. Ich freue mich sehr drüber, dass wir mittlerweile auch so ein ganz klein bisschen eine kleine Community haben. Und auch wenn die Community noch nicht so viel erzählt und schreibt, aber ich freue mich, wenn die Videos angeschaut werden, wenn dann doch gefragt wird oder wenn eben der Daumen nach oben kommt. Also, aber auch selbst wenn ihr es nicht macht, ist das auch okay. Ich freue mich einfach. So, hier habe ich es jetzt vorsichtig rausgeholt. Man sieht es noch nicht ganz, deswegen habe ich mir danach noch was einfallen lassen. Und das zeige ich euch dann gleich. Ich packe erst vorher aus. Ich vertone übrigens mit Absicht vorher nach, äh, ne, ja, vorher nach, äh, ich bin heute nicht da. Äh, ich, ähm, vertone immer nach, aufgrund dessen, weil ich beim Basteln, beim Machen, äh, die Hörbücher höre. Und dadurch macht es sich einfach nicht so schön, wenn ich nebenbei auch noch quatsche, weil dann ist das Hörbuch leider sinnlos. Und ich finde Hörbücher so unglaublich entspannt. Also, ich habe sie aktuell immer noch über Audible, aber, ähm, das, da gibt es so viele Anbieter heutzutage. Ich bin damals mit Audible gestartet und dadurch habe ich die auch noch. Also, ich habe viele Hörbücher damals, die ich auch noch nicht gehört habe und dadurch höre ich die immer noch da. Also, dadurch. Aber es gibt ganz viele andere Anbieter jetzt noch und dadurch, falls da jemand Interesse hat, muss er dann einfach mal googeln. Und es gibt ganz tolle Anbieter, die wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger sind als Audible. Ich will es nicht sagen, aber ich bin trotzdem Fan von Audible, weil ich die Qualität auch sehr gut finde. So, genau. Also, die andere Schale mit dem Gold hat nur teilweise funktioniert. Ich musste dann vieles von dem Gold wieder wegmachen, weil es nicht mit dran heften geblieben ist. Aber ansonsten war das ganz gut. Und mein kleiner Buddha, der ist auch ganz gut geworden. Da sind, das Problem bei der Buddha-Form ist eigentlich nur, dass manchmal die Händchen abbrechen und dadurch das Ganze dann, die Hand halt nicht komplett ist. Aber wenn man das weiß, dann geht man da mit ein bisschen mehr Sensibilität ran beim Ausformen. Zu Anfang habe ich es gar nicht gemerkt, dass da auf einmal die Finger weg waren. Aber das hat dann funktioniert und jetzt bei dem Spruch habe ich dann den Spruch selber nochmal mit Gold neu drüber gefahren. Und ich fand dann den Effekt viel, viel schöner. Und man konnte, also da kam dieser Spruch auch viel schöner zur Geltung. Ich glaube, das wäre auch nochmal anders gewesen, wenn ich es jetzt einfarbig gemacht hätte, was aber gar nicht meine Intention war. Also, ich wollte halt einfach ein bisschen mehr Abwechslung haben. Und dadurch ist der Spruch halt nicht so schön zur Geltung gekommen. Aber ich habe ja diese Goldstifte, die ich auch zum Beispiel beim Epoxidharz für den Rand nutze, bei Untersetzern zum Beispiel. Und der funktioniert auch da sehr, sehr gut. Und ich finde den spitze. Also, wer da wirklich irgendwie mal einen Goldstift braucht. Also, ich habe einen in Gold, in Silber und Bronze und Roségold. Und da funktioniert das halt wirklich sehr, sehr angenehm. Der hat eine gute Deckung, der zeichnet ganz gut. Und dadurch, ich finde das Ergebnis jetzt viel, viel schöner. Und mit dem Resin, diese Muster wird, denke ich, noch einen Moment dauern, bis ich da ein ganz, ganz schönes Gefühl habe. Aber ich finde, die Schale ist sehr schön geworden. Trotzdem, dass Gold nicht ganz so schön jetzt dran heften geblieben ist. Und mein Buddha ja sowieso, ich mag ihn. So, und jetzt kriegt ihr gleich nochmal eine nähere Bildaufnahme. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag dann auch wieder. Und dann erstmal bis bald. Tschüss.